Vom Studieren und Zweifeln. Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Studieren und Zweifeln, dem Podcast vom Studienerfolgsprojekt Plan A der Uni Leipzig. Mein Name ist Tizian und ich studiere an der Uni Leipzig Geschichte. Und das Ziel dieses Podcasts ist es, einen Raum zu schaffen, in dem man einfach mal frei von der Leber über Studienzweifel und Studienabbrüche reden kann. Ja, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, darüber nachzudenken, mein Studium abzubrechen, ich habe damals noch Jura studiert und bin dann später zur Geschichte gewechselt, kam aus meinem Umfeld schnell der Einwand so nach dem Motto, ach, pass auf, Tizian, das ist gefährlich, dein Lebenslauf hat dann einen Knicks und so viel solltest du dir davon nicht erlauben. Jaja, der Studienabbruch, der scheint so gar nicht in einen guten Lebenslauf zu passen. Ein guter Lebenslauf, der ist viel mehr gerade und stringent. Am besten hat er noch diesen berühmt-berüchtigten roten Faden, sodass man sofort auf den ersten Blick erkennt, die Person weiß, was sie will. Aber wie wichtig ist er denn wirklich, dieser kerzengerade Lebenslauf? Was achten PersonalerInnen denn eigentlich bei Bewerbungsgesprächen? Und überhaupt, wie sieht eine gute Bewerbung aus? Darüber will ich heute reden und ich habe mir dafür einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Neben mir sitzt nämlich jetzt Michael Barton. Er war lange Zeit Personalmanager und ist aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Leipzig. Hallo Michael. Hallo Tizian, freut mich hier zu sein, danke. Bevor wir jetzt ins Eingemachte kommen, würde ich mit einer kleinen Vorstellungsrunde anfangen. Und die sieht so aus, dass ich dir jetzt Sätze sage, die du vervollständigen musst. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich Punkt, Punkt, Punkt. Gut, dann fangen wir an. Leipzig habe ich mir ausgesucht, weil... Ich dort geboren bin und seit jeher die Stadt liebe. Während meines Wirtschaftsstudiums an der Uni Leipzig kannte ich Studienzweifel? Auf jeden Fall, insbesondere kurz vorm Ende des Grundstudiums. Der größte Unterschied zwischen Studium und Arbeit ist? Theorie und Praxis, also die Theorie in der Praxis ins Anwenden zu bekommen. An meiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter gefällt mir? Gute Frage. Vor allem das Arbeiten mit den Studierenden, die Praxiserfahrung mit der Theorie abzugleichen und den Studierenden näher zu bringen. Und natürlich auch selber zu forschen und in meinem Fachgebiet neueste Erkenntnisse zu sehen und zu hören. Als Personalmanager habe ich vor allem... Unterschiedlichste Stellen besetzt und viele kleine Unternehmen nach vorne gebracht und mit aufgebaut. Studierende müssen keine Angst vor der Zeit nach dem Studium haben, weil... Ja, weil wir momentan fast in einer Vollbeschäftigung sind und eigentlich jede Person, wenn sie will, eine Stelle finden sollte. Und das größte Klischee über PersonalmanagerInnen ist, dass sie sich vor den Bewerbungsgesprächen nicht den Lebenslauf durchlesen. Okay, danke dir für die Antworten. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem ersten Themenblock. Und da wollen wir uns vor allem mit krummen Lebensaufnahmen auseinandersetzen. Schieß los. Ja, Lücken oder Knicke im Lebenslauf, die haben jetzt ja nicht den besonders guten Ruf. Ich habe es ja in meiner Einleitung schon gesagt, das sieht dann irgendwie nicht gut aus im Lebenslauf, hört man dann. Oder das macht das Bewerben dementsprechend schwieriger. Aber vielleicht mal grundsätzlich, Michael, was ist denn für dich als Personalmanager überhaupt ein krummer Lebenslauf? Ja, krumm, ich glaube, wir sollten schauen, welche Ausprägung von krumm gibt es denn dabei? Also ist es krumm wie in deinem Beispiel ein Studiengangwechsel oder sehen wir krumm an als viele Brüche, viele kurze Arbeitserfahrungen mit vielen und langen Lücken dazwischen? Also ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied. Ich glaube, wir hatten es ja auch in unserem Vorgespräch zu diesem Unterschied Lücke und krummer Lebenslauf. Was ist für dich eine Lücke? Ja, genau. Oder was ist krumm? Also krumm kann ja vieles sein. Entweder ein Wechsel der Branche, ein Wechsel der Position, ein Wechsel des Studiengangs. Das ist ja alles nicht schlimm und kommt ja aus dem Interesse der Person, die entweder selbstverantwortlich diesen Wechsel herbeiführt oder gegebenenfalls sogar von außen dazu gezwungen wird. Und als Lücke würde ich eher bezeichnen, dass es zwischen zwei beruflichen Positionen einfach eine zeitliche Differenz gibt, die mit irgendetwas gefüllt wurde. Was das dann ist, das sollte natürlich jeder beschreiben können und authentisch wiedergeben können. Wie war denn das während deiner aktiven Zeit als Personalmanager? Du bist ja jetzt an der Uni, aber davor warst du ja lange als Personalmanager unterwegs und hast irgendwie Leute eingestellt bzw. als Bewerbungsgespräche geführt. Auf was hast du denn da geachtet? Ja, also grundsätzlich, dass die Bewerbung und die Person zu der ausgeschriebenen Position und natürlich auch in das Team des Unternehmens passt. Das sind natürlich einerseits die fachlichen Anforderungen, also bestimmt der Ausbildungshintergrund ist ja vorhanden oder sind in bestimmten Fällen mehrjährige Arbeitserfahrungen in dem Bereich vorhanden, dass also diese Stelle fachlich gut ausgefüllt werden kann. Genau. Und auf der anderen Seite persönlich natürlich, wie sagt man so schön, menschelt das zwischen uns. Also ist man auf derselben Wellenlänge, hat man gegebenenfalls ähnliche Interessen oder merkt man sofort, dass da die Sympathie einfach stimmt. Das waren so wichtige Punkte. Wenn du jetzt darüber sprichst, Arbeitserfahrung war wichtig, heißt das, dass du da jetzt auch gar nicht so sehr irgendwie so die Lupe genommen hast, den Lebenslauf dann genau angeschaut hast und wirklich jeden Bruch irgendwie versucht hast nachzuvollziehen? Also grundsätzlich beim Screening der Bewerbungsunterlagen, wenn die vor mir lagen, habe ich mir natürlich im Detail angesehen, die einzelnen Positionen, Stellen oder Schritte in dem Lebenslauf mir angesehen. Aber wenn es zu einer Wahrnehmung von mir kam, dass da eine Lücke oder ein Bruch besteht, dann war das eher spannend zu erfahren, was dahinter steckt. Weil ja meistens erleben wir entweder den Bruch, kurz bevor die Person sich bei uns bewirbt und dort sowieso verargumentiert, warum sie zu uns kommen will nach ihrer letzten Position. Oder wir können direkt sehen, okay, was kam denn nach dem Bruch oder nach einem Wechsel der Position oder der Branche. Und das erklärt sich ja in manchen Punkten auch selbstredend. Kannst du die Angst verstehen, die manchmal so geschürt wird davor? Also bleiben wir mal ganz konkret irgendwie so dieses Thema Studienabbruch. Darum geht es ja vor allem. Also ich habe es ja irgendwie einleitend schon gesagt, dass es irgendwie dann knickt, das sieht dann irgendwie blöd aus. Ist das berechtigt? Also ich kann die Angst auf jeden Fall nachvollziehen, weil es glaube ich sehr selten ist, dass jemand, das dann wirklich durchzieht, dazu steht. Weil wir kennen ja den gesellschaftlichen Druck, der auf uns ausgeübt wird im Sinne von, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das sieht dann gegebenenfalls nicht gut aus. Das wird negative Konsequenzen und Auswirkungen auf dich haben, wenn du deinen Studiengang wechselst oder dein Studium abbrichst. Aber ich glaube, dass es in den seltensten Fällen problematisch ist. Wenn wir uns also Brüche anschauen, überlegen wir uns einmal, berühmte Personen, die wir kennen, haben die immer, die erfolgreichen Personen, nicht auch einen Bruch? Also ich glaube, viele erfolgreiche Personen haben entweder gar nicht das studiert, was sie aktuell machen, oder sie haben so oft Misserfolge gehabt, bis sie irgendwann den Erfolg hatten und dafür sind sie heute berühmt. Also ich glaube, das ist gang und gäbe und dafür sollte man sich nicht schämen. Wenn wir sogar direkt nochmal in dieses Beispiel gehen des Studienabbruchs und welche Möglichkeiten habe ich dann danach? Ich kann also entweder den Studiengang wechseln, das heißt, ich habe ziemlich früh in meiner beruflichen Laufbahn diesen Punkt, wo ich wechsle. Also wie früh werden diese Personen schon dazu gezwungen oder kommen in diese Position, selber zu reflektieren, was will ich, ist das das Richtige für mich und ich gebe meinen Zweifeln auch Gehör und gebe diesen nach, um versuche herauszufinden, was ich wirklich will. Gegebenenfalls hast du auch schon mal von der Midlife-Crisis gehört, also wie viele Personen haben erstmal einen geraden Lebenslauf und sind erfolgreich, bis ein harter Bruch kommt, weil sie entweder merken, okay, ich habe schon 30 Jahre gearbeitet, ich bin erfolgreich gewesen, aber ich sehe irgendwie gar keinen Sinn da drin, was habe ich jetzt gemacht die ganzen letzten 30 Jahre und dann fallen die in ein tiefes Loch. Oder in manchen Jobs kannst du auch einfach gar nicht bis zur Rente arbeiten. Nehmen wir mal handwerkliche Berufe, Fliesenleger, die 30 Jahre auf ihren Knien arbeiten, die brauchen irgendwann was anderes. Da ist das gang und gäbe, dass die nochmal in eine andere Tätigkeit wechseln. Also, du hast das ja jetzt gerade doch sehr positiv auch beurteilt, dass Leute irgendwie einen Knicks im Lebenslauf haben, also zum Beispiel ihr Studium wechseln, du hast gesagt, aha, damit lernt man sich irgendwie mehr kennen, man schärft irgendwie auch seine eigenen Interessen. Aber es gibt ja trotzdem irgendwie in diesem Bild, gibt es diesen Personalmanager, die Personalmanagerin, die sich dann diese Brüche anschaut und klar, es gibt das Beispiel wahrscheinlich, wo man sagt, oh, das klingt spannend, das will ich jetzt wissen, warum ist das so. Aber dann gibt es ja auch wieder dieses Vorteil, die Person denkt sich dann, also der Personalmanager, die Personalmanagerin denkt sich bei so einem krummen Lebenslauf mit einem Lebenslauf mit vollem Knicken, oh, das ist eine sehr sprunghafte Person irgendwie, das ist, kann ich mich auf die verlassen. Guter Punkt. Es ist auch die Frage, wie lang ist der Lebenslauf, den wir vor uns sehen? Also handelt es sich tatsächlich um einen Lebenslauf, wo eine Person zwei Ausbildungen in unterschiedlichsten Bereichen jeweils nur ein Jahr durchgezogen hat, danach unterschiedliche Helfertätigkeiten, durchgeführt hat, die mehrmals innerhalb der Probezeit geendet sind und zwischen diesen Stationen gab es immer ein halbes bis ein Jahr, zwei Jahre Pause. Dann kann ich mir berechtigterweise die Frage stellen, ist diese Person zuverlässig und möchte die tatsächlich bei mir arbeiten? Aber es gibt natürlich auch noch weitere Aspekte in der Bewerbung, woraus ich erkennen kann, ob da wirklich eine Motivation und wirklich der Wille, bei mir zu arbeiten in dem Unternehmen, was ich betreue, ob dieser Wille überhaupt existiert. Wo liest du den oder hast du den Willen dann rausgelesen? Genau, also das passiert ja meistens im Anschreiben oder dann im ersten telefonischen Interview, bevor es gegebenenfalls zu einem tatsächlichen Bewerbungsgespräch kommt. Aber klar, diese Motivation und den Willen sollte man schon ganz klar im Anschreiben herausarbeiten. Beziehungsweise wer das nicht tut, weiß man als Personalmanager, als Personalmanagerin schon recht schnell, okay, da ist das Interesse gar nicht so groß. Oder gegebenenfalls wurde diese Person beauftragt, sich bei uns zu bewerben. Vielleicht, lass uns doch da auf ein bisschen näher eingehen, weil wir wollen ja in dem Podcast so ein bisschen diese Angst auch vor dem Bewerbungsgespräch vielleicht auch nehmen und auch vielleicht auch so ein bisschen Einblicke geben, wie der Mensch gegenüber irgendwie so tickt. Wir hatten es jetzt gerade schon davon, wie du so Bewerbungen liest. Nimm uns doch da mal vielleicht mit in so ein Bewerbungsverfahren. Also auf was achtest du da konkret, wenn du so eine, oft bekommt man ja wahrscheinlich nur eine Mappe erstmal zugesendet. Wie liest du die? Was ist der, wohin geht der erste Blick? Oder ist der erste Blick gegangen? Also grundsätzlich geht natürlich die Bewerbung bei mir ein. Meistens per E-Mail oder postalisch. Postalisch kann ich zumindest schon mal schauen, okay, wie sieht die aus? Was macht die für einen visuellen Eindruck? Ist die ordentlich? Und dann schaue ich mir die einzelnen Komponenten einer Bewerbung an. Also zuallererst den Lebenslauf, weil den kann ich am schnellsten screenen, überblicken. Und dann versuche ich also abzugleichen. Besitzt der Lebenslauf die Anforderungen oder erfüllt er die Anforderungen, die bei mir im Anforderungsprofil stehen, was wiederum hinter der Stellenausschreibung steht. Also eine veröffentlichte Stelle hat ja immer bestimmte Anforderungen. Wir kennen es alle, abgeschlossenes Studium in dem Fachbereich oder abgeschlossene Ausbildung, mehrjährige Erfahrung, soziale Kompetenzen etc. pp. Und dann gucke ich natürlich, ob ich die auch im Lebenslauf wiederfinde. Und dann frage ich mich, okay, welche Anforderungen sind denn ein Muss-Kriterium, ein Soll-Kriterium und ein Nice-to-have? Und die schaue ich mir an und dann sehe ich natürlich ganz schnell, okay, die Person hat den Ausbildungshindergrund, den ich fordere. Und wenn sie den nicht hat, dann hat sie gegebenenfalls praktische Erfahrung in dem Bereich. Erstmal unabhängig davon, wie lang. Das ist ja auch wiederum abhängig, ist das eine Einsteigerstelle, die wir uns anschauen hier, oder ist das eine Stelle für Seniors und langjährige Berufserfahrende. Und dann kann ich natürlich auch als Bewerber, Bewerberin, wenn ich den Ausbildungshindergrund nicht habe, die Chance nutzen, über das Anschreiben entweder Parallelen zu finden, wie ich das also kompensiere, meine fehlenden fachlichen Erfahrungen, oder ich kann es dadurch ausdrücken, dass ich in bestimmten beruflichen Stationen doch Erfahrungen in diesen Bereichen gesammelt habe. Und was sind weitere Komponenten? Wir suchen ja auch meistens nach IT-Kompetenzen. Da sehe ich darin, dass Personen unter dem Blog IT oder Sprachkenntnisse bestimmte Kompetenzen aufführen, die in der Stelle gefordert sind. Und dann sehe ich gegebenenfalls anhand von Hobbys oder Interessen oder auch an den beruflichen Stationen, also den Unternehmen, in denen eine Person war, ob das in etwa so passt und sich einfügt in das Gefüge, was ich auch im Unternehmen habe, sei es jetzt also teambezogen oder kulturell. Weil du gerade davon gesprochen hast, dass man durch das Anschreiben, indem man das irgendwie, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, wenn man das gut formuliert, wenn man die Motivation irgendwie gut transportieren kann, dass man da vielleicht auch irgendwas kompensieren könnte, was vielleicht an Erfahrung fehlt. Jetzt würde mich wirklich tatsächlich mal interessieren, ist das jetzt, wie oft fließt man sich denn da überhaupt das Anschreiben noch durch, wenn dieser Scanblick eigentlich unerfolgreich war? Ich denke, das ist vor allem abhängig davon, wie viel Zeit hat der Personaler oder die Personalerin pro Bewerbung verfügbar, um sich das ausführlich anzuschauen. Oder steht direkt ein IT-Algorithmus dahinter, der schon im Vorfeld die ganzen Unterlagen, die reinkommen, digital screened und selber schon aussortiert, ohne dass der Personalmanager, die Personalmanagerin einen Blick drauf werfen kann. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen oder erwarten, dass in den beruflichen Stationen im Lebenslauf zumindest parallel herausgearbeitet werden, wo es also Gemeinsamkeiten zu der neuen Stelle gibt. Mir fällt da jetzt ein Beispiel recht schwer. Aber mal angenommen, wir haben eine Küchenhilfe, die sich bewirbt auf eine Feel-Good-Managerin-Stelle. Und dann kann die Person sagen, okay, ich habe bereits Speisen, Getränke eingekauft, die ich dort zum leiblichen Wohl dann zur Verfügung stellen kann als Feel-Good-Managerin. Und habe somit eine Parallele gefunden. Und das könnte ich zur Schau stellen, indem ich also unter meinen beruflichen Stationen unterschiedliche Tätigkeitspunkte, die ich also in meinen ehemaligen Funktionen und Positionen hatte, einmal aufliste. Man muss die Leute irgendwie dazu bringen, einfach sich vorstellen zu können, die passt zu der Stelle. Ja, da hast du vollkommen recht. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift von diesem Thema krummen Lebenslauf. Wir hatten jetzt aber auch gleichzeitig diese Bewerbungssituation und haben versucht, dich kennenzulernen, also stellvertretend quasi für PersonalmanagerInnen, wie die ticken. Wenn du mich jetzt irgendwie zum, wenn ich jetzt eingeladen wäre bei dir zum Bewerbungsgespräch und ich, sagen wir mal, ich habe erst Jura studiert, dann bin ich von Jura zu Geschichte gewechselt und dann auch in Geschichte irgendwann gemerkt, hm, ist nicht so meins. Ich mache jetzt doch lieber, sagen wir mal, Kommunikation und Medienwissenschaft. Und ich bewerbe mich bei dir und dann komme ich auf diese, ja, auf diese Wechsel zu sprechen. Was würdest du mir empfehlen, was würdest du mir empfehlen, wie verkaufe ich das am besten dann? Oder wie sollte ich es vielleicht nicht machen? Ja, lass mich kurz überlegen. Also ich denke, auf jeden Fall wird die Frage auftauchen, die ist unausweichlich. Darauf hast du aber auch die Möglichkeit, dich vorher zeitlich schon mal vorzubereiten, weil du damit rechnen kannst, dass diese Frage kommt. Aber klar, ich meine, du wirst ja deinen Grund dafür gehabt haben, zu wechseln. Also du wirst ihn nicht reingespürt haben und kannst dadurch authentisch und ehrlich natürlich auch diese Phase des Zweifelns und gegebenenfalls des Scheiterns der Personalmanagerin oder dem Personalmanager gut verkaufen und dann sagen, okay, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich habe Verantwortung dafür übernommen, hier nochmal zu wechseln, gegebenenfalls auch recht früh. Sprechen wir jetzt davon, dass du das nach dem zweiten Semester gemacht hast oder sprechen wir davon, dass es kurz vor Abschluss des Studiums war und du hast es dann doppelt gemacht oder hast du danach den gleichen Fehler begangen in deinem zweiten Studium und hast wieder bis kurz vor das Ende gewartet oder hast du dann im zweiten Studium gleich recht schnell gemerkt, okay, das ist es nicht und ich wechsle nochmal und bist jetzt sehr zufrieden, sehr glücklich und froh, dass du ein Studium jetzt gefunden hast, worauf du Lust hast, was du durchziehen willst und kannst diese Bindung aufgrund deines Vergleichs, was ja viele andere nicht haben, andere können gar nicht vergleichen, wie wäre es in einem anderen Studium, kannst dadurch viel zufriedener und in deiner Entscheidung auch fester auftreten. Und dann haben wir den Punkt, du bist jetzt bei mir im Bewerbungsgespräch, hast du schon berufliche Erfahrung oder nicht? Hast du gegebenenfalls dich schon außerhalb deines Studiums oder neben deines Studiums schon irgendwie engagiert, Praxiserfahrungen gesammelt, die wichtig sein könnten für mich? Also ich weiß, Personen, die mir gegenüber sitzen, die haben zwar theoretische Kenntnisse, aber was bringen die denn praktisch mit? Vielleicht sollten wir dem ganz mal irgendein Beispiel geben, auf was ich mich überhaupt bewerbe. Gerne. Ich bewerbe mich jetzt, na gut, KMW, ich bin im Radio unterwegs, sagen wir mal irgendwie Pressebeauftragte von deinem Unternehmen. Dafür bewerbe ich mich jetzt aber mal, das spielen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Okay, Arbeitserfahrung, könnte man daraus also den Schluss ziehen, dass du als, wenn du jetzt Personal, das ist natürlich auch eine blöde Frage jetzt, wenn du jetzt mich sprechen würdest und dann alternativ noch den Menschen hättest, der straight mit 18 KMW angefangen hat, dann in Regelstudienzeit seinen Master gemacht hat und dann hast du noch mich oder halt irgendeine andere Person, die drei- oder viermal Studium gewechselt hat, aber dafür halt parallel irgendwie schon Radioarbeit gemacht hat. Wäre da für dich die zweite Person interessanter dann? Ja, ist die Frage, sitzen die beide bei mir im Bewerbungsgespräch und kommen die überhaupt bis dahin? Also ich habe einige Stellen im Bereich PR besetzt in meiner Zeit als Personalmanager und meistens haben wir da noch einmal ein Ausschusskriterium eingeschoben, nämlich, wenn Bewerbungen interessant waren, haben wir eine kleine Case Study gestellt, dass die BewerberInnen einmal einen Presseartikel formulieren sollen für uns. Und auf Basis dieses Presseartikels haben wir uns dann entschieden, okay, wird diese Person eingeladen oder nicht. So, jetzt hätten wir das Beispiel, du hast bereits Erfahrung, du wirst natürlich, nehme ich mal an, pauschal viel souveräner in dieser Case Study wirken als jemand, der keine Erfahrung hat beruflich. Genau. Und du bringst das ein und du kannst wahrscheinlich auch deine Motivation und deine Erfahrung in einem möglichen Anschreiben viel deutlicher und differenzierter machen, während eine Person, die noch keine berufliche Erfahrung hat, meist auf Floskeln aus Bewerbungsratgebern zurückgreift. Zum Beispiel wie, ich habe ihre offene Stelle gesehen, hiermit möchte ich mich darauf bewerben. Aber ich weiß doch, wenn die Bewerbung bei mir eingegangen ist, dass die Person sich darauf bewerben möchte. Also so eine Floskel brauche ich dann nicht. Oder meine Team- und Kommunikationsfähigkeit habe ich oder würde ich gerne unter Beweis stellen. Und eine Person wie du mit Erfahrung würde dann sagen, ich habe meine Kommunikationsfähigkeit bereits in dem und dem Fall unter Beweis gestellt. Also das ist auch ein grundsätzlicher Tipp. Immer gerne mit Beispielen unterlegen, was ich getan habe, lieber als Floskeln zu verwenden, die recht oberflächlich bleiben und nicht in die Tiefe gehen. Und dann auf diese Beispiele dann am besten noch irgendwie wieder diesen Schluss ziehen, warum man gerade dafür geeignet ist. Also wenn wir jetzt nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast ja vorhin dieses Beispiel mit der Feel-Good-Managerin. Wenn ich immer noch nicht weiß, was ist eine Feel-Good-Managerin? Ja, ich glaube in Start-ups oder in größeren Start-ups, in schnell wachsenden, jungen Unternehmen gibt es sogenannte Feel-Good-Managerin, die sich darum kümmern, dass es den Leuten am Arbeitsplatz gut geht. Die kochen gegebenenfalls, machen belegte Brötchen, kümmern sich dafür, dass die Obstschale gefüllt ist, dass wir Tränke bereitstellen, aber auch um Arzttermine oder Termine für die Kinder oder ähnliches. Also es gibt unterschiedlichste Ausprägungen dieser Tätigkeitsform. Bei diesem Beispiel mit dem Anschreiben. Komme ich jetzt wieder auf die Knicke und Lücken zum Beispiel zurück? Soll man das vielleicht in so einem Anschreiben dann auch offensiv irgendwie thematisieren? Also, dass man zum Beispiel auch versucht, den Studienabbruch, so wie du es vorhin auch so ein bisschen geschildert hast, vielleicht auch als Stärke verkauft, dass man... Ich habe sechs Semester Mathe studiert und habe dann aber gemerkt, ach, das ist gar nicht meins und das war eine schwierige Zeit, aber ich habe mich neu orientiert und habe dann aber eine neue Leidenschaft gefunden, dass man das auch thematisiert in der Bewerbung sagt, ey, ich habe sowas schon mal durchgemacht, habe mich neu orientiert, ich kann mit Krisen umgehen. Selbstverständlich, natürlich. Also wenn du das gut verbalisieren und formulieren kannst, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Ist ja wahrscheinlich besser zu sagen, als ich stehe kurz vor meinem Abschluss des Studiums so und so. Das sehe ich ja im Lebenslauf. Aber wenn da eine Formulierung drin steht, wie Sie sehen sicherlich, dass ich schon zweimal mein Studium gewechselt habe, das habe ich aus dem und dem Grund getan, dann spricht derjenige das aktiv an und macht auch klar, warum das so ist. Das heißt, diese Frage oder gegebenenfalls ein Zweifel, eine Skepsis, die ich als Personalmanager gegenüber dieser Bewerbung habe, wird dadurch schon aus dem Weg genommen. Also sie kann die Person schon entkräften, bevor ich sie gegebenenfalls ablehne dadurch. Also würdest du, das ist natürlich jetzt auch eine schwierige Frage, weil es wahrscheinlich auch immer darauf, also ich würde mal sagen, je älter eine Person ist und desto mehr Berufserfahrung sie hat, desto unwichtiger ist es wahrscheinlich zum Beispiel, dass man irgendwann mal sein Studium abgebrochen hat. Aber so in dieser frühen Phase, wo man gerade erst aus dem Studium kommt und noch nicht so viel vorzuzeigen hat, da wird da wahrscheinlich mehr Fokus irgendwie dann, auch bei deinem Blick, weil der Lebenslauf gar nicht so lang ist und gar nicht so viel hergibt, klebt er wahrscheinlich eher an, aha, hat nach sechs Semestern irgendwie das Studium abgebrochen und da öffnen sich dann Fragen. Und würdest du da dann eher pauschal sagen, thematisiert es im Anschreiben? Ja, ich glaube, im Anschreiben geht es letztendlich darum, auch den bisherigen Werdegang einmal zu formulieren und dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen. Also immer Mut zeigen, nach vorne zu gehen. Und du hast vollkommen recht, das ist, die Angst unter Studierenden kann da recht groß sein, vor allem, weil das halt noch recht am Anfang der beruflichen Laufbahn steht. Aber wie vorhin schon gesagt, wie gut ist es doch, wenn man diese Zweifel und die Auseinandersetzung und die Reflexion mit sich selbst schon zu so einem frühen Zeitpunkt gemacht hat. Und letztendlich ist es auch eine Erfahrung, die man anderen gegebenenfalls voraus hat. Und wir sprechen immer darüber, ich habe meinen Studiengang gewechselt, aber wir berücksichtigen gar nicht, was parallel dazu passiert. Also was machst du in deiner Freizeit? Was machst du gegebenenfalls neben deinem Studium noch, was zu der Stelle passen kann? Oder was gegebenenfalls auch dich dazu geführt hat, mit deinem ursprünglichen Studium zu zweifeln, weil du in deiner Freizeit oder nebenher gemerkt hast, wow, also das, da bin ich viel näher dran, das interessiert mich viel mehr, was ich hier erfahre. Ich möchte das gerne in meinem Studium theoretisch untermauern. Und dann kannst du dort auch diese fachliche Kompetenz, die du nebenbei gesammelt hast, einbringen, unabhängig davon, ob du vorher ein Studium abgebrochen hast oder nicht. Das ist ja genauso mit, manchmal spielen Sprachen eine Rolle und das ist egal, ob du Jura oder Geschichte studierst, wenn du halt Englisch sehr gut kannst und Englisch ist sehr gut gefordert und jemand kommt und hat einen stringenten Lebenslauf, aber im Englischen nur Grundkenntnisse, dann bist du ja trotzdem weiter vorne, weil es dort gegebenenfalls die Muss-Anforderung in der Stelle ist. Wir haben ja jetzt relativ viel schon in diesem Themenblock über krumme Lebensläufe gesprochen und du würdest wahrscheinlich auch sagen, du hast es ja schon mal so angedeutet, mit krummen, auch wenn man zweimal das Studium abbricht, man kann auch immer noch was werden. Auf jeden Fall, genau. Da würde ich auch nochmal das Beispiel hervorzaubern mit den erfolgreichen Persönlichkeiten oder berühmten Persönlichkeiten, die wir kennen, die werden sicherlich auch das ein oder andere Scheitern im Lebenslauf drinnen haben, was wir nicht wissen und ich glaube, die Frage, die wir uns hier stellen sollten ist, was ist denn Erfolg? Also ich glaube, das ist ein sehr subjektives Empfinden. Ist es also Geld? Ist es Karriere? Ist es hohes Ansehen und Anerkennung im öffentlichen Raum oder durch Kollegen und das Team? Ist es Sinn? Glück? Was macht den Erfolg aus? Und das ist ja für jeden das andere. Und deshalb würde ich sagen, jeder kann auch mit zwei Schulabbrüchen erfolgreich sein, weil er entweder an irgendeiner anderen Stelle Karriere macht, weil er irgendwas für sich findet, was ihm gegebenenfalls viel Geld einbringt, viel Geld einspielt. oder weil er, weil diese Person einer Tätigkeit nachgeht, die für diese Person endlich Sinn macht. Und auch da würde ich nochmal das Beispiel beziehen, muss man denn erfolgreich sein oder was bedeutet denn Erfolg? Wenn wir sehen, es gibt auch erfolgreiche Personen, die mit 50, 55 auf einmal merken, okay, ich war die ganze Zeit erfolgreich, aber was hat es mir gebracht? Jetzt stehe ich halt hier und... Also wir sind wir wirtschaftlich erfolgreich, meinst du jetzt wahrscheinlich? Ja, genau. Es ist halt schwierig, weil wir, zumindest ich, wir sind noch nicht so weit, dass wir so viel gesehen haben, um uns da, glaube ich, immer so eine endgültige Meinung zu bilden. Also ich glaube, zumindest bei mir so irgendwie stehen halt auch erstmal so existenzielle Sachen dann so im Vordergrund, überhaupt mal einen Job zu haben und der einem irgendwie Spaß macht. Und danach kommt dann vielleicht dann nochmal die genaue, die konkretere Auseinandersetzung, was will man eigentlich? Ich glaube, das schätzt sich dann so über die Jahre auch heraus. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das Allerwichtigste ist, erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja. Unabhängig gegebenenfalls auch davon, wie viele Studiengänge habe ich besucht, welchen habe ich abgeschlossen, sondern neben diesem Punkt der Ausbildung oder der fachlichen Qualifikation ist halt so ein wichtiger Punkt einfach die Expertise. Was habe ich neben dem Studium gemacht, um berufliche Erfahrungen zu sammeln? Das muss jetzt nicht ein Nebenjob sein. Das kann ja auch etwas sein, was man als Hobby betrieben hat. Also einen Podcast aufzuzeichnen in seiner Freizeit oder zu zeichnen, irgendwas Kreatives zu machen, irgendwo wilde Tiere zu füttern, was weiß ich. Das kann ja immer irgendwie einen Bezug haben zur zukünftigen Stelle. Ich würde da auch gleich nochmal mehr drauf eingehen. Würde jetzt aber mal dieses Thema Knicke Knicke mal abschließen, das war ja jetzt auch kein reiner Themenblock Knicke, sondern wir sind ja dann schon irgendwie in Bewerbungen irgendwie, haben dann angefangen über Bewerbungen auch zu sprechen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, im nächsten Themenblock uns mal dezidiert nur auf Bewerbungen konzentrieren und dann noch so ein paar konkrete Fragen irgendwie erörtern, die sich damit auseinandersetzen, wie man diesen Fuß in die Tür irgendwie kriegt. Das können wir gerne tun, genau. Aber mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass auf jeden Fall also der Mut zur Lücke, dass das vollkommen okay ist und dass man nicht aus Angst, weil man das eben so nicht macht, in einem Studium oder in einem beruflichen Weg verhaftet bleibt und lange Zeit darin leidet, nur weil man denkt, man muss so durch. Also, ja, sich mit den Zweifeln auseinandersetzen und dann schauen, in welche Richtung soll es sonst gehen und bis dahin kann man ja durchhalten. Du wirst da sicherlich auch, weiß ich nicht, in deinem Studium geblieben sein, bis du wusstest, was du alternativ machst. Ja, das war... Ja, ich hatte immer... Also, mir war wichtig, dass das nächste nicht der freie Fall ist, aber ich glaube, ich habe erst Jura studiert und bin dann zur Geschichte gewechselt. Ich habe dann... Ich habe für mich einfach die Entscheidung, ich will auf jeden Fall weiter studieren und ich will irgendwas Geisteswissenschaftliches machen und dann war Geschichte so eine Gefühlsentscheidung auch. Ja. Ja, es war übergangsfrei, genau. Ja, genau, genau, übergangsfrei. Es war halt auch während der Pandemie, da wollte man sich das, glaube ich, auch nicht so geben. Und dann im Homeoffice nichts zu tun zu haben, das... Davor hatte ich tatsächlich schon großen Respekt. Ja. Ich hatte ja auch kurz Zweifel, wie ich vorhin angesprochen hatte, im Grundstudium mal kurz davor einmal aufzugeben, aber hatte dann halt den Fokus, dass ich wusste, okay, das ist jetzt das eine Semester, dann habe ich dieses Grundstudium in Sack und Tüten, alle unliebsamen Fächer fallen dann weg und dann kann ich mich auf Personalmanagement und Marketing konzentrieren, auf das, worauf ich richtig Lust habe. Ja, ja, ja. Ja, manchmal macht man auch nicht zu früh den Kopf auch in den Sand stecken. Ich glaube, das ist auch wichtig. Manchmal muss man halt schon abwägen, ist das jetzt nur eine... Ist das Leiden jetzt nur kurzfristig? Ist das jetzt diese eine Hausarbeit, die man schreiben muss und die man einfach rumbekommen muss? Oder ist das halt irgendwie ein fundamentales Problem? Ja, vollkommen richtig. Und sicherlich gibt es genug Personen, entweder im eigenen Umfeld oder in Beratungsstellen, die einem dabei helfen zu erkennen, ist das noch ein Leid, was schnell vorüber ist oder ist das ein Leid, was sehr groß ist und wo Handlungsbedarf, eine Umorientierung notwendig ist? Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben das Leid irgendwie überstanden, egal ob jetzt kurzfristig oder langfristig. Wir haben unser Studium abgeschlossen und jetzt wollen wir uns für irgendwas bewerben. Medienbeauftragter. Medienbeauftragte. Wir hatten es ja schon so ein bisschen, aber vielleicht nochmal konkret, auf was muss ich achten, dass meine Bewerbung nicht im Papierkorb landet? Keine Kaffeeflecken. Ach, was soll ich sagen? Ja, genau. Also es gibt sicherlich leicht... Hattest du da schon mal Kaffeeflecken auf einer Bewerbung? Sicherlich, ja. Also ich hatte auch schon Bewerbungen, die waren per Hand geschrieben, mit Kuli und ohne Anrede und nicht interessiert, sondern mit dieser normalen Floske, das Arbeitsamt hat mir aufgegeben, mich bei ihnen zu bewerben. Wie viel Zeit hast du für die aufgebracht? Ja, nicht viel. Die habe ich kurz gescreent, habe die eingetragen und habe die dann vernichtet. Die ist also im Papierkorb gelandet. Genau. Aber wir beide reden ja jetzt darüber, für den Fall, dass jemand wirklich Interesse daran hat, in einen Job reinzukommen. Ich glaube, es gibt sehr einfache, vermeidbare Fehler. Das ist erstens, den richtigen Ansprechpartner zu identifizieren, also nicht sehr geehrte Damen und Herren zu schreiben, sondern genau die Person zu benennen, an die es adressiert sein soll. Und dann achtet auf Rechtschreibung, Ausdruck, Grammatik. Das sind wirklich einfach, vermeidbare Fehler. Konsistenz ist ganz wichtig. Das heißt also, mir fällt das immer wieder auf in Datumsangaben. Wenn ich also Zeiten angebe, von wann bis wann ich die gemacht habe. Also bitte immer im gleichen Format und nicht darin wechseln. Die Blöcke chronologisch abarbeiten. Ich bin ein Fan dafür, dass das Aktuellste ganz vorne steht, dass am besten die Berufserfahrung ganz vorne kommt, danach der Ausbildungshintergrund, dann gegebenenfalls weitere Kompetenzen, Ehrenamt, Hobbys, Interessen, Auslandsaufenthalte und die IT- und Sprachkompetenzen. Und Aktualität ist auch ganz wichtig. Also bitte nicht, wenn ihr vor drei Monaten die letzte Bewerbung geschrieben habt, vergessen das Datum zu aktualisieren und dann kommt bei mir am 24.05. eine Bewerbung rein, wo das Datum vom 21.01. noch draufsteht. Wie wichtig ist denn so das grundsätzliche Layout der Bewerbung? Also da gibt es ja verschiedene Formate auch, wo man sicher im Internet dann auch irgendwelche kaufen kann, die dann irgendwie schick aussehen. Spielt das für dich eine Rolle? Oder hat das für dich eine Rolle gespielt? Ja, also für mich hat das eine Rolle gespielt. Keine Ausschlaggebende. Aber ich finde es schon vor allem in diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen, in denen ich tätig war, da war es ja auch wichtig, dass man in unterschiedlichsten Bereichen neben seiner Fachkompetenz auch noch mit unterstützen kann. Und wenn ich dann weiß, okay, derjenige kann sich gut ausdrücken oder kann Sachen auch visualisieren, dann finde ich das sicherlich von Vorteil. Also es gibt halt 0815 Lebensläufe, die schwarz-weiß sind. Da kann ich gerne empfehlen, arbeitet man mit ein bisschen farblichen Unterschieden. Oder was man im Internet, wie du jetzt gerade gesagt hast, du hast es angesprochen, dafür kann man Geld ausgeben. Ich glaube, es gibt genug freie Vorlagen auch zum Runterladen, an denen man sich orientieren kann. Also nehmt es gerne an. Plus, manchmal gibt es Skalen oder Balken, wie man bestimmte Kompetenzen ausdrückt. Zum Beispiel Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Dann haben halt manche drei von fünf Kugeln ausgefüllt. Oder wir kennen die Sprachkenntnisse, die abgestuft sind in Expertenkenntnisse oder sehr gut, gut in Wort und Schrift. Das kann man auch in Balkenform oder irgendwie visualisieren. Das macht es einfach ein bisschen lockerer. Also gerne da ein bisschen Abwechslung reinbringen, das Ganze etwas lockerer zu machen. Macht auch mehr Spaß zum Lesen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, als wenn man immer das Gleiche sieht oder etwas, was mir ins Auge sticht, bleibt natürlich auch im Auge. Ich habe mich gerade gefragt, ob diese Handschrift liefert, fast in Bewerbung, ob die überhaupt, hatte sie so eine kleine Chance, sich zu überzeugen? Also ich hätte gegebenenfalls die Chance gehabt, wenn mein Name draufgestanden hätte. Oder wenn ich irgendwie da drin gelesen hätte, warum diese Person arbeiten möchte in diesem Unternehmen. Aber vielleicht stimmst du mir dazu, wenn die ersten Sätze sind, sehr geehrte Damen und Herren, das Arbeitsamt hat mich beauftragt, mich bei ihnen zu bewerben, dann weiß ich, dass die Intention ja nicht von der Person ausgeht. Ja, gut. Das wäre wieder ein ganz anderes Thema wahrscheinlich. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, und das habe auch ich erst recht spät verstanden. Ich habe ein ziemlich gutes Studium absolviert, hatte wenig Berufserfahrung nebenbei. Ich habe mal in der Marktforschung ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht, wollte aber dann ins Personalwesen rein. Und ich habe bestimmt Ende der Finanzkrise 2011, da war es ja schwer, auch mit einem sehr guten Abschluss, mit einer Eins davor, eine Anstellung zu finden. Ich habe bestimmt 300 Bewerbungen geschrieben, bis ich dann den Fuß in die Tür reingekriegt habe, habe noch ein unbezahltes Praktikum gemacht. Und da musste ich auch erst mal erfahren, wenn ich weiß, was ich will und wenn ich neben Standortfloskeln, in dem ich sage, ich kann mich gut ausdrücken und ich bin teamfähig und habe eine hohe Analysefähigkeit, solange ich das nicht beweisen kann oder das nicht in den Kontext drücke, wo das für das Unternehmen interessant wird, bin ich halt einer von vielen, der sich bewirbt. Also man sollte da schon, wenn man die Möglichkeit sieht, einen Bezug zu nehmen zu den einzelnen Punkten in der Stellenausschreibung, dann sollte man sich da auch darauf beziehen, anstatt, und das ist auch ganz wichtig, über Copy und Paste die Inhalte aus der Stellenausschreibung ins Anschreiben reinzukopieren. Das sehe ich auch häufig. Weil du gerade so zum Beispiel Analysefähigkeit angesprochen hast oder auch wahrscheinlich gute Text, Textschreiben, Fähigkeiten, sowas wird ja auch, ich weiß, dass das so geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern immer so ein bisschen nachgesagt wird, dass wenn man dann irgendwie Interviews mit Leuten liest oder hört, wo es darum geht, werden wir eigentlich nur Taxifahrer nach dem Abschluss. Dann heißt es, nee, ihr lernt ja im Studium noch mehr als nur irgendwie, was während des Zweiten Weltkriegs passiert ist in Geschichte, sondern ihr lernt ja irgendwie auch an diese Fähigkeiten, irgendwie Soft Skills. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie wahr ist das? Also wie hat man, haben das PersonalInnen wirklich auf dem Schirm, ach ja, die Person hat irgendwie Geschichte, Soziologie oder Philosophie studiert, kann die irgendwie gut abstrahieren und Texte schreiben? Ja, das, was du jetzt konkret angesprochen hast, sehe ich ja schon allein im Anschreiben, ob das der Fall ist, also ob diese Person sich gut ausdrücken kann. Oder auch da, wenn ich Arbeitsreferenzen habe, die ich irgendwie mitschicken kann, da rede ich jetzt nicht von dem Aufsatz in der 10. Klasse, kurz vorm Abi, aber wenn ich jetzt irgendwas in meiner Freizeit gemacht habe, was geschrieben habe, dann hänge ich das halt mit dran, als Arbeitsprobe. Und wenn wir uns Umfragen anschauen, was das Wichtigste ist, was Personalmanager und Personalmanager berücksichtigen oder warum die meisten BewerberInnen abgewiesen werden, dann ist das Punkt 1 natürlich die fachliche Komponente, aber sie ist halt nicht das alleinige Merkmal. Punkt 2, kurz danach, sind die Gehaltsvorstellungen, also auch hier der Tipp, vielleicht entweder, wenn man eine Gehaltsvorstellung mit reinschreiben soll, dann macht das, aber zeigt euch flexibel gegebenenfalls, dass das nach der Probezeit nochmal verändert werden kann oder dass man da verhandlungsbereit ist, weil selbst wenn es wie die Faust aufs Auge passt, aber die Gehaltsvorstellung nicht übereinkommt, landen viele Bewerbungen im Papierkorb, was eigentlich schade ist, weil die Person gegebenenfalls ja gut auf diese Stelle passen würde. Und dann danach folgen schon soziale Fähigkeiten oder Softskills, wie du es gerade genannt hast. Da wird ja auch jedes Jahr im Personalmanagement eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Eines Jahr sind es die Softskills, dann ist es das Mindset, dann ist es das Skillset. was dort wichtig ist, aber es geht schon darum, dass man also eine gewisse Sympathie hat mit den Menschen und man sieht, okay, die Leute haben studiert, dann bringen die was mit. Also Eigenverantwortung, eine gewisse Selbstständigkeit. Ist die Person die ganze Zeit in demselben Ort geblieben, wo sie geboren ist, so wie ich, oder hat sie sich auch mal umorientieren müssen, an einem anderen Ort ganz alleine auf sich gestellt? Und ich glaube, ja, das Studium bringt Kompetenzen mit, was sich zum Beispiel von Ausbildungen abhebt. Und das sind vor allem methodische und analytische Kompetenzen. Aber so wie das zum Beispiel rausklingt bei dir, muss man das doch, also berichtige mich, falls ich da falsch liege, aber man muss das schon irgendwie belegen können. Also es ist, also man kann das vielleicht behaupten irgendwie in Bewerbung schreiben, aber es ist schon besser, wenn man kann eine Arbeitsprobe zum Beispiel zeigt, wo man, wenn man zum Beispiel auf seine guten Sprachkenntnisse referiert, seine Textfähigkeit, dass man dann irgendwie ja eine Textprobe irgendwie noch mit einschickt. Genau, also wir beide jetzt in unserem Gespräch, was wir hier führen, sind wir ja auf einem sehr konzentrierten Bereich, über was wir überhaupt reden. Wenn wir jetzt irgendwas Mediales. Klar, wenn ich da die Möglichkeiten habe, das zu belegen, dann auf jeden Fall. Es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten, es hervorzuheben oder sich hervorzuheben mit Bewerbungen. Ich habe zum Beispiel einmal eine Bewerbung gehabt für eine Stelle im Online-Marketing und da war der Bewerbung, die Bewerbung der Lebenslaufer so aufgebaut, wie die Suchergebnisse bei Google. Oder ich habe einmal für spielerische Lernevents für Kleinkinder rekrutiert, ging es also um ein Bewegungsspiel und da hat sich ein Versicherungskaufmann bei mir beworben, der hätte eigentlich gar nicht vom Ausbildungssintergrund da reingepasst, aber der hat sich halt in seinem Muskelshirt als Bewerbungsfoto präsentiert und hat seinen Bizeps angespannt und hat in jedem Bizeps ein Kleinkind hängen und da war die Begeisterung deutlich. Ich habe einmal für eine Vertriebsstelle für einen Fodermittelhersteller rekrutiert und da war eine Person ohne Praxiserfahrung, die aktuell im Studium ist und sein Pflichtpraktikum absolvieren musste und hat halt darüber geschrieben, wie er in seiner Jugend oder in seiner Kindheit immer bei seinen Großeltern war und mit dem Hund im Sommer unter dem schattigen Apfelbaum saß und das war einfach, also er hat halt Emotionen geschaffen, die das einfach interessant gemacht haben, diese Person. Und für welche Stelle war das? Vertriebspraktikum bei einem Futtermittelhersteller für Hundefutter. Hundefutter. Okay, da waren es wirklich nur die Emotionen, hat er das da auch bekommen? Ja, es ist tatsächlich geworden, also er hat das Praktikum bekommen, er war einer von drei oder vier Personen, die zum Gespräch eingeladen wurden, aber er hat es sozusagen geschafft, Interesse zu erzeugen mit einer gegebenenfalls standardisierten Bewerbung oder Komponente Lebenslauf, wo er sich nicht abgehoben hat, aber er hat es da halt durchs Anschreiben geschafft. Also was ich damit sagen will, man kann das schon mal versuchen und das erfordert ja eine gewisse Portion Mut, über die wir dann hier sprechen und Kreativität, also keine Sorge, wenn das bei denjenigen, die das jetzt hören, nicht vorhanden sein sollte, aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, sich immer irgendwie abzuheben. Und was ganz wichtig ist, was ich immer wieder in Gesprächen mit Studierenden merke, wir selber sind uns unserer Stärken gar nicht bewusst, weil das, was unsere Stärken sind, machen wir halt tagtäglich und für uns ist das selbstverständlich. Also wenn jemand sagt, boah, das hast du gut gemacht, dann tun wir das meistens ab mit. Das mache ich doch immer so, das ist doch selbstverständlich, das ist doch nichts Besonderes. Aber genau das sind die Punkte, die nicht selbstverständlich sind, dass das die eigenen Stärken sind, denen man sich vielleicht mal bewusst sein sollte und die kann man dann herausstellen. auch nicht ganz einfach für viele Menschen, die auch zu akzeptieren, so blöd es klingt, wahrhaben zu wollen, dass es eine Stärke ist oder man weiß es halt irgendwie nicht. Das ist ja auch irgendwie, das sind wahrscheinlich so Sachen, die, da würden wir jetzt den Bogen oder die Brücke bauen zu den Studien abprüfen und zu dieser Zeit, wo man sich seiner selbst bewusst wird, da kann man das, da bildet man sowas meistens, sondern auch so ein bisschen heraus, hab ich so das Gefühl. So in einer Zeit, wo man sich neu orientieren muss und sich fragen muss, was will ich denn eigentlich und da macht man sich dann auch so Gedanken über seine Stärke und dann kann man das auch später besser kommunizieren. Aber ja, also man muss einfach gut für sich werben. Also man muss sich gut verkaufen irgendwie. Ja, Bewerbung, wie das der Name sagt. Aber genau, auf der einen Seite vor allem für Stellen, wo viele BewerberInnen auf eine Position kommen. Wir reden jetzt hier nicht vom Bereich IT. Die haben einfach gar nicht das Problem. Die schicken eine Bewerbung los und werden genommen. Wie kann man noch auf sich aufmerksam machen oder für sich werben? Ich empfehle auch immer, soziale, berufliche Netzwerke, dort ein Profil zu pflegen. Da wird man zumindest gefunden. Also da kann man einfach den Spieß umdrehen und sich auch finden lassen, außer rauszuschicken und zu hoffen, dass es was wird. Und einen Punkt, den wollte ich jetzt noch ergänzen, weil du es gerade nochmal so schön angesprochen hast und mir die Vorlage geboten hast mit dieser Zeit des Zweifelns oder die Zeit der Lücke. Früher war das extrem verpönt, weil man früher nicht nachgefragt hat, was machen diese Personen eigentlich in dieser Lücke, in dieser Zeit. Aber ich glaube, wir alle sammeln ja in solchen Lücken Erfahrungen. Wir machen ja irgendwas. Wir sitzen ja nicht auf der faulen Haut. Wir sind entweder krank und setzen die Priorität auf unsere Gesundheit, werden gesund, wir pflegen Personen, wir bilden uns fort, wir schulen um oder ähnliches. Und das ist halt wichtig, das zu betonen, anstatt einfach nur irgendwo eine Lücke stehen zu haben und die nicht, die unkommentiert zu lassen. Das ist gefährlich oder lässt halt Potenzial liegen. Nichts, auch wenn wir Lücken haben, wenn wir unser Studium abgeschlossen haben, haben wir ja dann am Ende auch eine Note. Wie wichtig waren die denn eigentlich? Also für mich, in den Bereichen, wo ich bisher tätig war, haben sie nicht so eine große Rolle gespielt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es Bereiche gibt, Arbeitsbereiche, Tätigkeitsbereiche, Wissensbereiche, wo das wirklich eine wichtige Voraussetzung ist. Also zum Beispiel, ich will in der wissenschaftlichen Karriere weitermachen, dann wird es dort hohe Bedeutung haben, einen guten, bis sehr guten Abschluss zu haben. Ja, das ist natürlich auch eine schwierige Frage, die jetzt irgendwie pauschal zu beantworten war. Ich kenne es zum Beispiel aus Jura, da muss man bei vielen Stellen gar nicht angelaufen kommen, wenn man keine neuen Punkte irgendwie im Examen hatte. Aber wenn man mal so Stellen irgendwie ja außen vor lässt, dann war das, wenn du Bewerbungen gescannt hast, dann nicht ausschlaggebend. Ich denke, ich bin aufmerksam geworden, wenn die Note entweder besonders schlecht war oder sie war besonders gut. Also wenn eine Note besonders gut ist, dann würde ich sogar empfehlen, das mit aufzunehmen in den Lebenslauf, also direkt hinter das Studium zu schreiben und gegebenenfalls auch das Thema der Abschlussarbeit, damit man da also weiß, okay, mit was hat sich denn diese Person ein halbes Jahr zuletzt auseinandergesetzt. Wenn die Note besonders schlecht war, dann steht sie entweder im Zeugnis oder man hat die Möglichkeit, vielleicht reden wir auch noch über Flunkern im Lebenslauf, man hat die Möglichkeit einfach nur das das Zeugnis anzuhängen mit, ich habe das Zeugnis, aber nicht die Noten, die gegebenenfalls dahinter stehen. Flunkern ja, wäre für mich jetzt ein riskantes Spiel. Genau, also wie mit der Note, ja, was lasse ich weg und was spiele ich zu? Habe ich jetzt fünf Praktikas gemacht und ich habe davon vier sehr gute Zeugnisse und ein schlechtes, dann lasse ich doch das Schlechte weg und sage, das habe ich gegebenenfalls gar nicht, da gab es kein Zeugnis. Lücken, kommen wir wieder zu Lücken. Angenommen, ich schließe am 1.5. mein Studium ab und bewerbe mich und bewerbe mich und bewerbe mich, aber jetzt ist der 1.10. und ich habe immer noch keinen Job. Dann bin ich aber trotzdem noch im Sommersemester immatrikuliert, weil ich am 1.5. das Studium abgeschlossen habe. Dann schreibe ich also auch in den Lebenslauf rein, dass ich bis Ende September studiert habe und gebe nicht an, an dem Tag, wo ich meine Masterarbeit und meine Bachelorarbeit oder meine Abschlussarbeit, was auch immer abgegeben habe, dass dort mein Studium geendet hat. Also da kann man schon die Möglichkeiten nutzen, um solche Lücken oder solche problematischen Stellen gegebenenfalls zu kaschieren. Auf der anderen Seite ist das eine problematische Stelle, wenn man Masterarbeit geschrieben hat und dann einfach noch weiter den Studentenstatus genossen hat und dann einfach vielleicht ein bisschen reiten war. Nee, natürlich. Das ist ganz wichtig, das reinzuschreiben. Aber wenn du sozusagen reinschreiben würdest, bis Mai war ich Studierender und im Oktober steht da immer noch bis Mai, dann hast du halt auf einmal vier Monate lang eine Lücke drin, wo du dann gefragt wirst, was hast du gemacht? Wenn du aber reinschreibst, ich war bis Ende September Student und bewirb sich zum ersten Zehnten, dann bietest du gar nicht die Angriffsfläche dafür, dass du da gefragt wirst, was hast du die letzten vier Monate gemacht? Und wenn du reist, würde ich auch auf jeden Fall reinschreiben, ich bin die letzten drei Monate gereist, dann weiß ich als Arbeitgeber, okay, die Person, viele Studierende wollen reisen, die Person hat das schon weg, die wird also loyal mehrere Jahre jetzt bleiben, ohne nochmal große Lust auf Reisen zu bekommen, wo sie drei Monate ausfällt und nicht da ist. Praktika ist aber extrem wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als am Ende eine sehr gute Note in vielen Fällen. Genau, dort würde ich einmal noch diese Ausnahme sagen, es sei denn, man will im wissenschaftlichen Bereich oder wissenschaftsnahen Bereich irgendwo unterkommen, wo eigentlich das praktische Wissen bedeutet, wissenschaftlich zu arbeiten, also alles das, was man eigentlich im Studium macht und alle anderen Stellen würde ich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, sammelt Berufserfahrung. Das dient ja nicht nur dafür, dass ihr wisst, wie ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwendet, sondern es dient auch der eigenen Orientierung. Will ich das überhaupt? Was will ich überhaupt? Ist es das, wo ich in Zukunft hin möchte? Ich kann mich unterschiedlich einmal ausrichten und umorientieren, unterschiedliche Sachen ausprobieren und ich kann sie vorzeigen. Ich habe halt schon praktisch was gemacht. Wir haben ja jetzt die Herausforderung als Studienabsolventen, vor allem vor dem Hintergrund des Mindestlohns und der sich natürlich auch auf Praktika auswirkt. Ich stehe hier gegebenenfalls in Konkurrenz mit Personen, die schon praktische Erfahrungen haben und das gleiche Entgelt fordern, weil alle erstmal an der Mindestlohngrenze in bestimmten Bereichen, wahrscheinlich auch im Medienbereich und Kommunikationsbereich beginnen und da bin ich einer von vielen und dann entscheidet dann natürlich die praktische Erfahrung. Also überall, wo es möglich ist, praktische Erfahrungen sammeln, versuchen irgendwo reinzukommen, schaffe ich es nicht in ein bezahltes Praktikum, dann gegebenenfalls über ehrenamtliches Engagement in Vereinen oder Ähnlichem, wo ich einfach anfangen kann zu üben, praktische Erfahrungen zu sammeln oder ich mache es im Privaten, also auch hier Kommunikation im Medienbereich kann man schön aufgreifen, ich habe vielleicht einen eigenen Blog, ich habe vielleicht einen eigenen Social Media Kanal mit einer gewissen Community dahinter. Dann bitte das auch ausdrücken, kommunizieren, weil das ist ein Aspekt des Erfolgs, weil man so etwas erfolgreich gemacht hat eine gewisse Zeit lang und damit kann man auch werben, also raus damit. Also ich habe ja eingangs gefragt, Noten, also Praktika sind wahrscheinlich in vielen Bereichen dann wichtiger, als dass man jetzt eine 1-0 hat irgendwie, also könnte man auch sagen, lieber mal ein bisschen länger studieren und dafür mehr Praktika als so schnell wie möglich einen Abschluss und dann, ja. Ja, was heißt länger studieren? Also ist es die doppelte Anzahl an Semestern, dann sollte ich das auch irgendwie begründen. Ja, ja. Habe ich eine 4-0, komme gerade so durch das Studium ein, aber keine praktische Erfahrung nebenbei gesammelt, das würde auch komisch sein, habe ich aber eine 4-0 und habe durchweg im Lebenslauf eine 20-Stunden-Stelle berufliche Erfahrung stehen, dann weiß ich auch, warum die Person gegebenenfalls eine 4-0 hat. Oder muss ich Angehörige pflegen? Habe ich privat einfach Herausforderungen, die ich meistern muss, dann kann man die mit reinschreiben, da macht sich ja, sage ich mal, keiner drüber lustig oder greift einen deswegen an. Danke dafür schon mal. Ich denke, wir haben jetzt viel über Bewerbungen gesprochen und ich würde jetzt dann zum letzten Block kommen, das ist jetzt einfach noch, da hätte ich noch zwei Fragen vorbereitet und ja, dann wären wir tatsächlich auch schon am Ende. Und dann? Wir haben jetzt viel über Bewerbungen gesprochen, was mich interessiert, du hast ja gesagt, du hast 300 Absagen bekommen, wie geht man mit Absagen um? Weil ja, am Anfang ist man ja, also du hast ja den Leuten jetzt schon so ein bisschen Vorwurf gemacht oder abgeraten davon, standardisierte Bewerbungen zu schreiben. Aber das ist auch extrem schwierig, wenn man wahnsinnig viele, sich bei wahnsinnig vielen Stellen irgendwie bewirbt und immer nur Absagen bekommt, sich dann immer wieder aufzuraffen und Gedanken zu machen, wenn dann am Ende noch nicht mal ein standardisierter Rückmeldungssatz kommt, sondern gar nichts. Also weißt du, was ich meine? Wie gehe ich mit Absagen um? Wie bleibe ich trotzdem am Ball? Wie vermeide ich das vielleicht dann auch irgendwie, weil ich keinen Bock mehr habe, in Floskeln irgendwie abzurutschen? Gute Frage. Ja, du hast es ja selber angesprochen. Ich war ja selber in der Situation und ich habe da auch viel an mir und meinen Möglichkeiten oder meinen Kompetenzen gezweifelt und war dann froh, dass es irgendwie geklappt hat und ich glaube, es hat dann aber auch in einer Position geklappt, wo ich von Standardfürstchen abgewiesen bin und wirklich Lust hatte auf dieses Unternehmen, auf diese Stelle. Natürlich in solchen Situationen, wo du also darauf angewiesen bist, viele Bewerbungen zu schreiben, dann bist du ja in einer Situation, du hast abgeschlossen, du bist also von irgendeiner Leistung gegebenenfalls abhängig oder du musst jemanden, vor allem der Agentur für Arbeit, Rede und Antwort stehen, ob und wie häufig du dich bewirbst und da ist es natürlich notwendig, auch Bewerbungen mit Standardfloskeln rauszuschicken, nur würde ich mir dann den Großteil der Zeit, den man in der Woche noch hat, entweder nutzen, praktische Erfahrungen zu sammeln oder wirklich danach zu suchen, wo finde ich Unternehmen, die Stellen bieten, die wirklich für mich von Interesse sind und nicht auf jede Stelle einfach eine 0815-Bewerbung rausschießen und da ist glaube ich ein ganz wichtiger Tipp auch, wo finde ich denn die Stellen? Viele Absolventinnen schauen glaube ich nur auf den großen Stellen wie Stepstone.de Man muss sich jedoch bewusst sein, dass Unternehmen, die ihre Stellen dort schalten, sehr viel Geld in die Hand nehmen, dass die Stellen dort platziert sind. Ich würde also jedem raten, schaut auch, wenn gegebenenfalls das Layout von der Jobbörse der Agentur für Arbeit nicht das Schönste ist, schaut dort nach Stellen, weil das kostet die Unternehmen nichts oder schaut auch nach Unternehmen, die für euch von Interesse sein könnten und bei denen auf die Karriere Seite, weil die gegebenenfalls gar nicht die Zeit haben, die Stellen auf einer anderen Jobbörse zu veröffentlichen. Also ich habe damals den Fehler gemacht oder habe nur so begrenzt geschaut und nur bei der Agentur für Arbeit geschaut und nicht nach Unternehmen, die für mich gegebenenfalls von Interesse sein könnten oder mit denen ich mich irgendwie verbunden fühle, weil ich gar nicht wusste, dass die existieren. Also da kann man schon sich Zeit nehmen oder da sollte man Zeit investieren, nach solchen Unternehmen zu suchen, die zu identifizieren und dann gegebenenfalls dort sich Initiativ zu bewerben, wenn die keine offene Stelle haben oder anzubieten, ein Praktikum zu machen. Irgendeine Lösung wird sich da schon finden. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht nochmal, wir haben jetzt wirklich lang über Bewerbungen gesprochen, nochmal zusammenfassend, was, wenigen kernigen Sätzen, was macht für dich eine gute Bewerbung aus? Eine gute Bewerbung, auf jeden Fall vollständig, möglichst frei von Fehlern, persönlich, ehrlich und authentisch mit einer Hervorhebung von Stärken. Und durchaus auch auf Lücken oder Krumme oder Knicke im Lebenslauf eingehen. Genau, also habt Mut zur Lücke und steht zu Knicken und Zweifeln und stellt dir dar, warum es dazu gekommen ist, da braucht man sich nicht verschämen. Das ist ganz wichtig. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was du den Studierenden oder den Zuhörenden am Ende dieses Podcasts auf den Weg geben willst? Zweifelt nicht daran oder schämt euch für Lücken oder Brüche, das ist selbstverständlich, das hat jeder in seinem Lebenslauf in irgendeiner Art und Weise und deshalb keine Bewerbung abzuschicken wäre glaube ich ein Fehler. Also auch mit Lücken oder Knicken im Lebenslauf trotzdem bewerben für die Stelle, auf die man richtig Lust hat und dann da wirklich alles reinhängen, diese Stelle auch zu bekommen. Danke dir, Michael. Danke für die ehrlichen Antworten und für das sehr interessante Gespräch. Ja, ich danke dir, Tizian, dass ich hier sein durfte, hat mir viel Spaß gemacht. Und falls es euch gefallen hat oder falls ihr Anmerkungen habt oder falls ihr sagt, oh ja, ich habe da auch mal Kritik oder ihr habt selber eine Geschichte, die ihr erzählen wollt, ihr habt selber irgendwie mal ein Studien abgebrochen, ein Studium gewechselt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Erreichen tut ihr uns unter studienzweifel at uni-leipzig.de Ansonsten, falls ihr up to date bleiben wollt, wann die nächsten Folgen kommen, dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da müsst ihr uni-leipzig klein und zusammengeschrieben eingeben und da kommt dann alle drei Wochen da eine Story, wo auf die neueste Folge verwiesen wird. Und falls ihr sagt, oh, der Podcast, der war schön und ich habe noch nicht genug davon, ich will noch mehr vom Studieren und Zweifeln hören, dann findet ihr alle Folgen, die bisher erschienen sind, egal ob von mir moderiert oder von meiner Vorgängerin Lisa, findet ihr entweder auf Spotify, auf Apple Podcast, auf YouTube oder auch auf unserer Webseite, da findet ihr auch weitere nützliche Hinweise, wie zum Beispiel Hinweise, wenn Workshops stattfinden. Ja, das wäre es von meiner Seite, mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht, war ein spannendes Gespräch, mal über die Zeit nach dem Studium und ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Tschau. Vom Studieren und Zweifeln Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.